Oh, MP9. Felix möchte Licht und Mobil, also du fokussierst auf den MP9. Let's go! Wieder auf Entfernung. Oh ja, ich verstehe auch nicht. Ich verstehe, warum wir alte Maps spielen. Ich hoffe gleich wieder eine Flash und dann einfach Knifen. Ja, ja. Taktik. Ist das MP7 oder MP9? MP9. Gibt die also die billige. Na, kostet 1250 oder einen Neifen fertig. Wollen wir auf dem Spot bleiben? Wollen wir auf dem Spot bleiben? Wollen wir einfach warten? Ja. Hallo. Oh, bitte kommt Vater. Warte noch, warte noch. Lass dich gerade nicht kommen. Flushbein. Hey! Noch einer? Oh, 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 oh. Geht Epps hoch? Kommt Epps Fenster rein? Ne, komm wieder zurück. Ne, komm wieder zurück. Epps. Au, au. Au, au, au. Au, au, au. Ha, 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 ha. Okay. Die kommen über auch. Die kommen über. Was ist das? We're going into Grenade. Grenade. Death low. Grenade up. Smoke. Throwing smoke. Yo, was geht las? Yo. Bitch. Wer ist Veronica? Wer ist Veronica? Wer ist Veronica? Kannst du mich sonst? Könnt ihr aus dem Strom rufen? Jo. Wir sind schon A. Oh. Moment. Was soll das werden hier? Ja. Jo. Was sag ich? Ja. Hallo. Knast du da? Wie war es? Weißt du, liebe Bräumen, kommendan. Dat deutlich mal, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Pison. Oh nein, ich habe eine P90 gekauft. Hä? Déjà vu. Ja, eben. Deswegen sage ich, hätte ich da wügt. Flash kaufen? Ja. Die kann man sich bestimmt draufboosten. Die kommen hier bei mir. Komm erstmal zurück. Okay oder so. Nee, geht nicht. Oder geht doch. Die kann auf jeden Fall zwei kaufen. Ich habe gar kein Skin für die Bitsen. Ich auch nicht. Nee, du ja sowieso nicht. Kommst vom Gabelstabber darauf? Heftig, okay. Dann brauchst du mich gar nicht boosten. Er geht da eh nicht. Ich bin nur Block. Komm bei mir. Komm bei mir. Ich habe nicht so viel Schuss, ey. 5K. Ey, wieso? Ey, ist eine Lille. Kann man kann man sich hier hochboosten, ne? Ja, geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, nur Block. Ja, aber im Competitive 2 Autos. Ja, dann ja. Ja, wovon soll ich sonst reden, Alter? Was sollen wir uns noch so groß boosten? Weiß nicht, ist vielleicht lustig. Naja. Soll ich? Wow. Soll ich nicht mehr so großartig bin. Ich halte nichts von den Bitsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schön, finde ich sie auch nicht. Spideybombe. Das ist ein Spideybomb. Das ist ein Spideybomb. Spideybombe. 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 Frechheit. Ich höre auch eine Kiste. Ich habe noch ein paar, willst du haben? Du die nicht willst, nehme ich die. Irgendwann mache ich die schon auf. Ich habe noch eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Gamma zwei habe ich zweimal, Gamma eins und Koma drei zwei Mal. Ich wollte nur sagen, dass du einen tollen Job machst und ich werde... Ja, ich hatte vorhin auch eine Hydra-Case, die habe ich aufgemacht und da habe ich den scheiß Tech-9 draus gezogen. Son in Leo. Schade, dass sie nicht Fact Renews. Stell dir mal vor, ich hätte eine Dragon-Log gekriegt, Alter. Oh, ich hätte dich so vergrübeln. Ich hätte sie aber auch eiskalt, ich hätte sie eiskalt behalten, einfach. Oder verkauft, ey. So eine Dragon-Log ist ja ganz schön was wert. All right, this is a crowded area. We don't have the luxury of making mistakes. Flash messen? Ja, ja. Basics. Oder what? Ja, ja. Wenigens kennen wir uns auf Mirage aus, ey. Ich denke mal, die kommen ja erst hier Action, von T-Spawn aus. Ja. Neulich, der ist richtig spannend. Ja, das sie kommen. Wir können da nicht hin. Neulich, der hat ein Header. Ja, der rotiert bestimmt. Der geht bestimmt auf B. Ja, ich hab' vor, der dürfte, Alter. Ne, ich lebe auch mehr. Schieß ihn ein und ein und ein bisschen. Denkt an MP7 jetzt, ne? Ja, ich hab' MP9 gekauft. Alles? Äh, ich... Fick dich! Hahaha Bombus Palace Bitte Ich guck Stairs BIP 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 Taurus Ich hab nur noch 4, äh siegen. Verschoben. Warum bin ich da immer noch? Komm, wahrscheinlich rampt dann. Nicht wegnehmen, denk dran. Ah! Gehen ich im Kopf komplett über BCT spawnen oder was ist da los? Ja, Tatsache. Pelleth. Nein! Bisch, bisch, bisch. Piep, piep. Hehehe. So, was haben wir jetzt noch? Warte mal kurz, lad mich gleich nochmal ein. Oh, Mc7 kommt als nächstes. Oh, wir kriegen bald wieder einen Drop. Hm, ich weiß, ich seh das. Mc7? Hast du gerade gewonnen? Mmm. Je hee hee, he hee. Ja, wie, je hee. Ich will das. Ich besuchen nicht. Bisch. Keh... Ich weiß nicht, wie ich es ja berechnet. Einige, ich hab nicht so gut, aber es gab nicht so. Wir haben ihn überwunden. Du sagst das, das wir! Besuchst du dich an dir, sie hin? Ich bin bereit. Let's roll. Flashknife. Easy. Basics. Pro Tactics. Das ist ein ekonomisches und ekologisches Veränderungsveränderungen. Was hat das Ding sein Problem? Hast dein USB auch weggeworfen. Ja, aus Versehen. Jetzt muss ja der andere rauskommen. Hier kommen die bei mir. Bitte, bitte. Au. Komm einfach rein. Oh. Lol. Superman! Oh, lol. Oh. Ja, Ace Knife. Ah, aber mir ist eben richtig lecker. Ich kann mir keinen kaufen. Doch, ich aber. Alles gut. Ich hab jetzt immer noch über 3.000, obwohl ich mit Granaten alles gekauft hab. Je, dein Ausgang. Obwohl das klappt gar nicht. Es war ein zu smogen. Throwing smoke. Laying down smoke. Selbst hinter mir müssen wohl die kommen. Alles gut. Mit den Händen rum. Run. Ich werde das mit攤fen zu lassen. Es war mir. Ja. Es war mir. Schuss! Decoy. Incendiary. Deploying flashback. Smoke. Lâche les yeux. Merde. Merde. Tue. 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 und die botze teilweise stärker als manche konnten über drei spieler der muss auch überlegen weißt du dann kicken die extra nicht damit die bots spielen kannst du auch nicht machen weißt du das flash kauft komm bei dir wie die alle wieder weglaufen gut Ich kaufe von Ufer noch mal eine P2-50 dazu, äh, eine Fax-7 noch nicht, P2-50 hätte ich ja. Ja, warte, dann das smoke ich zu. Auto. Ja, ja, ich seh. Oh, onside! Boah, ich bin so blind. Ich bin so ver-fickt blind. Bei mir lag das gerade. Alter, ich hab so lags. Boah, ich steh chill, Alter. Ich treff hier nicht. Der steht links in der Ecke. Oh, hier bin ich nur angeschossen. Nein! Egal. Fuck. Ja, für sowas bin ich nicht gemacht, ey. Ich muss wirklich das töten. Also, ich muss... Körpertreffer ist so mein Gesicht. Ich guck da schon. Die kommen bei dir. Langer Gang. Ja. Oh, ich hab so hoch gezielt. Oh Gott, ey. Ich hab so neimisch krank. He´s schon vorbei sein Krunter, ne. Ah, pfff. Baby, ich hab so neimisch geklagt. Das ist schon wieder auf dem, wenn ich nicht so neimisch krank bin. Ok, f***, ich hab so neimisch krank. Ja, ich hab so neimisch krank. Okay, f*** ich hab so neimisch krank. Ja, ich hab so neimisch krank. Komm bei mir Ich gebe dir erstmal den Headshot, weißt du? Die sieht nicht so nice aus Meine Five-Seven ist aber auch mega abgeranzt Abgenutzt, ja Ich muss auf jeden Fall einmal kurz telefonieren Oh Oh Vielen Dank.